was geht ab leute jetzt zocken wir also ihr homil war blät und ist jetzt eine neue karte rausgekommen red rock die zocken wir auf jeden fall erstmal und vergesst nicht den kanal zu abonnieren die locker zu aktivieren und zu liken und das video zu teilen das wäre echt nett danke dann könnte sich vielleicht meine reichweite erhöhen ja und let's go red rock ich habe gerade schon kurz ein bisschen gespielt aber das video kommt gerade nur weil ich gerade noch dieses das andere video ist noch gerade am hochladen und in dieser zeit habe ich leider keine anderen sachen zu tun da habe ich mir an den angeboten geschnüffelt und dann war bei home ein anderes bild zu sehen von einer anderen karte und da habe ich mir gedacht das ist eine andere karte da die zocke ich erst mal an und das ist jetzt auch der fall also let's go sei ruhig ich leite das video nicht du ich sag was wir zu tun haben du hält es die fresse bist du bitte ruhig das video leite ich nicht du das wird rausgeschnitten ja deswegen halt mal auch nee diese spitze mit zu all da gehen man weg jeder hoch ach Junge es klappt nicht mal going hoch aller und hopp die leonie oh mein gott natürlich wird die katze nicht normal durchgespielt leute oh scheiße oh mein gott leute ihr kennt den trick vier eck beim fliegen drücken ich leite das video halt bitte die fresspläne aber auch meine röhre ja leute es ist erst mal dass ich diese karte zöcke es ist irgendwie cool es erinnert mich etwas an diesen ganzen scheiß direkt ding an ding an ja ich hab's was hast du vor das ist für ein magnet das muss doch schnell beendet werden man jetzt mach mal hin ja dann mach das jetzt beeil dich mal hier ach Junge ach warte mal kurz Junge ich konnte nicht anders warum fällst du dich aber nicht runter weil oh ja stimmt das geht ja auch corndogs corndogs erlass mich direkt auf aggressiv alter müssen wir eigentlich da hinten naja stimmt da hinten müssen wir hin ne ich bewege kurz den krach ja beeil dich mal bach mal hinne hier du musst es nach rechts bewegen ey stell hin hu hu scheiße halt still halt still halt bloß still oh mein gott nichts machen komm schon du schaffst es ja man ich glaub an dich digga wow ja man hier we go ja ja hu äh 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 zack links rechte Hand am rechten Griff zack zack ich bin ein Kämpfer Komm schon Das Video muss schnell zu Ende gehen Ich hätte nur noch ein paar Minuten Bitte Komm schon Kämpfer Team Ein Mann Team Komm schon Du hast doch wohl Muskeln Du Clown Bad Wenn ich jetzt abrutsche Komm schon Komm schon Ja Mann Ja Klick auf Checkpoint Laden Ich hab's geschafft Tor öffnen Hä Das ist so billig der Sound Hier ist was Ja mach mal auf hier Ja Also müssen wir über den Berg Okay wie das Tunnel Achso Cool Ich muss eigentlich auf die Toilette Was ist das? Ist egal Weiß ich nicht Junge das ist billig Das ist billig Ich hab das schon zweimal Nein das sind nicht Ich hab die Ideen Ich leite das Video Leute ich hab ne Idee Jetzt komm erstmal hierher Ne du machst jetzt die Aufgaben Während ich Währenddessen versuche Brauche ich auch den noch dicht Das glaube ich dir nicht Doch Nein nein das glaube ich dir nicht Ich muss den Kran bewegen Nein 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 das machst du schon Du das machst du schon Machst du schon irgendwie Ja ok dann komm mal mit Dann musst du dich an den Nein ich kann nicht Ich muss ja hier Klettern und alles Das geht auch anders Das ist ein Tunnel Sag mal Läuse Muss ich den hier bewegen Äh ne Der eine hat mir sogar gesagt Man bekommt sogar Dapfen Ich will das nicht Junge es juckt mich nicht Und wenn man den Tunnel dort aufmacht Ok kämpfen Leute das dauert nicht mehr lange Ok der Tunnel Wie mach ich mir den auf Also bewegt den Kran mal zu mir Ich hab dieses Eine Teil Da diesen Fass dort fest Und dort An der anderen Hand An dem Tunnel Vielleicht geht das eben so Leute der Clip Äh Video geht gleich weiter Ich mach kurz nen Cut rein Äh Wenn wir das hier aufhaben Ja bis gleich Jetzt haben wir Leute wir haben es geschafft Kurzer Clip Also kurzer Dingens Ähm Jetzt wir haben es geschafft Leute Let's go es geht weiter Weil sonst hätten wir noch Wir sitzen jetzt hier schon seit einer Stunde Deswegen Wir haben jetzt Hast du eine Trophäe bekommen? Ja Alarm in Darm hab ich bekommen Öh Ist die Trophäe gewesen Alarm Alarm Leute Gibt schon mal ein Daumen nach oben wieder Wie gesagt Ich esse gerade noch Eine ganze für mich alleine Ich hab ne große bekommen Ich hab ne große bekommen deswegen Ich esse sie mal Ich esse sie mal 0,00x fertig Dann werde ich so fett wie ein Schwein Das war ein Spaß Dann werde ich so fett wie ein Spaß Das ist nämlich das doppelte von einem Schwein Alter Alter Mann Das ganze Wir müssen jetzt überspringen Und sonst so Oh Mila Sani Ist kein Spaß Mehr Wo müssen wir eigentlich hin Damals Ich klettere gerade Warte mal Ich komm Ich seh nix Seh nix Ding Dong Warte Warte Bleib mal da Ich muss kurz Dingens Ich will kurz gucken Wie du da schön drum tanzt Ach Digga Komm schon Ja Das geht nicht raus Mann Hilf mir Jawohl Leute Wenn ihr Bock auf Ja Weil ich so fett wie ein Schwein bin Nichts gegen Schweine Ich liebe Schweine Das Ding ist Immer wenn ich Seit einem bestimmten Alter Fange ich irgendwie an Über Schweine zu haten Also ich hasse Schweine nicht Ich mag Schweine Aber seit einem bestimmten Jahr Habe ich irgendwie kein Mitleid mehr Ich weiß nicht warum Das Ding ist Ich hab zwei riesen Schweine hier Links neben mir sitzen Und ich esse gerade eine Schweine Lasagne Das Das ist eigentlich nicht witzig Da bist du ja Das eine Schwein hat am Anfang eine Pfote gefehlt Alter Da hab ich fast geheult Das ist also ärzhaft Also das Halt dich an meinem langen Super langen Breiten Aha Okay Nein Ich meine Ich meine Umhang Ex Ex Ey Redman Mach mal her So Soll ich dich hochziehen An deinem ultra langen Breiten Maske Jeder denkt erstmal Schwager Aber nein Family friendly Ist jetzt schon gesperrt Das Video Oh yeah Alter Hast du das gesehen Musste ich überhaupt Hier Ja Du glaubst Wir haben sogar zwei lange übersprungen Ja Moin Das sind sogar ganz gezielt Leute Leute Esst ihr die Lasagnienkäse immer erst als letztes Also ihr frisst erstmal wie so ein Schwein So ein richtiges So So sitzt ihr hier so Und dann am Ende freut ihr auf diesen Käse Ui Und dann schreit ihr erstmal den Käse an Dass er rauskommen soll Oh mein Gott Wie könnt ihr das langen glaube ich Oder Oh mein Gott Ich bin jetzt schon so fett wie eine Tonne Was Alter Ich bin gerade am fressen wie ein Schwein Bitte lenkt mich davon nicht ab Nein Kennst du Schirurgs Reise ist Zauberland Ja Da fressen die Eltern wie so ein Schwein Und werden so fett wie eine Tonne Ah so fühle ich mich gerade Oh mein Gott Oh mein Gott Ja Super Glitch Oh Oh silly Ich hab's Ja Ich bin da Ja du bist Du bist jetzt schlauer Ja ich bin hier unten lang gelaufen So muss ich aber erstmal hier hochklettern Wie so ein Billo Wie so ein Billo Ach Leute ich überspringe das und warte erst Ich Ach der nächste Clip ist wenn ich da oben bin Also bis gleich Hilfe Leute 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 Au Ja lass doch los du Paverson Lass los Und beende das Gute Level Au Du Dödelkopf Gehst du Weg Junge die Lasagne muss uns In Sicherheit gebracht werden Ich sag euch Waller Oh Oh Hm Oh cool Eine Wurst Oh lecker Oh lecker Oh leute Ist hier auch immer jeden Tag Fleisch Ihr braucht immer alle Fleisch oder Jeden Tag eine Bratwurst Was sind denn sonst Roßfleisch Oh ich sag die richtige Tiere Nein Oh 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 Sorry Ich hab drin Ich weiß nicht was da drin ist Aber ich glaube es ist kein Stock Also such mal lieber Es ist ein Perverson Einen B3 von diesen Batterien Piepmetzen Eine Wurst wird schon Gewinnern Ich glaub die Batterien brauchen wir Da ist doch einer Das Level geht schon viel zu lange Ja Ja ich glaub Da ist das Exit Schild Jo Ich muss nur noch aufmachen Jo Jo Ich hab's gleich Wir bauen doch nur ein paar Batterien Uff Ich hab schon mal eine gefunden Ich hab auch eine Ich hab ADHS Bin Autist Hab Mokovistidose Und Oh ja Das ist ja das Fein Das Blut ist weg Nein Ich hab das Vieh nicht Ah doch das ist Tote Vieh Ah das ist so schön Ich hasse Möcken Kennst du das wenn ihr Richtig heißes Essen gefressen habt Wie so ein Schwein Ne Zwei Tonnen Hohoho Und dann habt ihr so Einen dicken Hitzeanfall Hä Ey mach mal rein hier Mach doch Steck rein die Scheiße Geh weg da Geh ich steck das jetzt da rein Und jetzt bist du am Arsch Komm steck das raus Zack und jetzt in dein Arsch Ja mach lieber noch dort rein Ja steck hier rein Mach doch Ey Ich glaub die Batterie Die letzte ist Sollte doch dort drin sein Ja dann hol mal die Scheiße Oh cool Da bin ich ein Spiel Nein das machst du nicht Du hast kein ADHS Du lässt dich nicht von jedem ablenken Komm schon Komm schon Komm schon Steck doch rein Einfach diese Scheiße hier Jawohl Mein Hand Steckt drin fest Meine Fresse So und jetzt rein da Äh Brauchen wir noch eins Ne das hier nicht Das hier auch nicht Eine brauchen wir noch CD hol mal schnell Ja Müsst ihr ganz kurz Hier ein Minispiel hier machen Ach Leute Schreibt mal wirklich in die Kommentare Unter diesem Video Welches Spiel ihr als nächstes sehen wollt Oder welches ihr überhaupt Gameplay sehen wollt Weil ich sehe es nicht ein hier Die ganze Zeit mein Arsch auf zum Beispiel Spaß Ach macht einfach mal hier Haut mal irgendwas cooles raus Jamie komm mal kurz Ja Ich hab hier die beste Batterie Aber nimm mal diese ein Magnete Nein ich verpiss mich jetzt Mach einen Halt dazu Dann bin ich da Dann glaube ich eingeschlossen Ich mach gar nichts Ich hau ab Und mach die Batterie rein Doch nur kurz bitte Ach ja Okay fürs Video Ich hab 50.000 leisten Dann mache ich Spaß Dann hau ich euch alle persönlich aufs Wort Okay Okay Was muss ich tun Wegen mein Magneten Ein von diesen Bällen entfernt Blau oder Gelb Ah Bälle Also welche Bälle denn Blau oder Gelb Wie muss ich denn das Wie muss ich denn das machen Ah ich muss mal Nehmen Da muss ich mir den an den Arsch halten Und dann einfach schnell wegrennen Nein Ich weiß nicht mal wo Kugel ist Ah hier ist ne Kugel Follow me Follow me Follow me Hä Das geht nicht Doch es geht Klappt ja super Bin ich eigentlich Ja guck es geht doch nicht Die scheiße kann sie sonst von schieben Ich mach schnell das Ziel weg Wer als erstes im Ziel ist Oh Und ich hab Zeit verloren Schnell weg Niemals kriegst du mich Lass mich Lass mich Hallo Hallo Mann Oh was ist denn die Niemals Ja jetzt rein drücken Reindrücken Reindrücken Ne geht noch nicht Doch drück einfach Ich drück mit Ne geht immer noch nicht Dann zieh raus Und jetzt pass auf Ich Jetzt geh ich mit meinen Zwei Tonnen hier drauf Also ist das geklappt Ja Das hab ich vererbt Diese Spendzeilen Spaß Spaß Was denn Das ist exit Du willst doch nicht rein Doch Dann zieh ich dich mit Nein Oh Yeah Bange Ja